WM-Härtetests Deutschland zu Gast, ehe am kommenden Dienstag in Berlin Revanche für das 1 zu 7 bei der WM 2014 gegen Weltmeister Deutschland folgt. Bei der Endrunde trifft der WM-Rekordkampion auf Schweiz, Kosta Rika und Serbien. In eigentliche WM-Vorbereitung startet Brasilien am 21. Mai mit einem einwöchigen Trainingslager im CBF-Trainingszentrum in Teresopolis vor den Toren Rio de Janeiro. Vom 28. Mai bis 8. Juni geht es mit einem Trainingslager in London auf dem Gelände von Premier League Club Tottenham Hotspur. Am 11. Juni bezieht Truppe von Nationaltrainer Tite dann ihr WM-Quartier in Sohn. Am 11. Juni bezieht Truppe von Nationaltrainer Tite